ja moin und willkommen zurück auf meinem kanal zu einem weiteren apex legends news update es ist soweit heute um 19 uhr war die trailer premiere von stories from the outland trailer rund um loba und season 5 der trailer war der absolute wahnsinn ich möchte euch in diesem video den trailer nochmals zeigen 1 2 3 bilder zum trailer möchte ich noch mal kurz pausieren ich möchte jetzt keine komplette analyse dran hängen es gibt ein zwei sachen die ihr vielleicht übersehen habt die sehr sehr interessant sind dann möchte ich über etwas reden was in season 5 kommt und soll und zwar sollen quests ab season 5 kommen zeige ich euch gleich noch ein bild habe ich auf instagram entdeckt dann zeige ich euch die ranked belohnung für season 4 quasi den neuen schweifel predator und master und die anhänger für die master ranger die sehen sehr sehr cool aus dann möchte ich euch den season 5 in game teaser phase 4 rund um loba zeigen die erscheint nämlich ganz ganz kurz und das klappt auch nicht immer so wie viele wahrscheinlich vermuten viele haben sie schon entdeckt das kann man aber nicht immer provozieren ich habe jetzt zig anläufe gebraucht um sie selber zu entdecken es ist nicht auf der map ganz ganz wichtig und dann sage ich euch noch wann die nächsten phasen der in game teaser kommen phase 5 und phase 6 jetzt zeige ich euch erst mal den trailer für alle die die noch nicht gesehen haben er ist wirklich der absolute wahnsinn und danach melde ich mich gleich wieder viel spaß my world was shattered that day and my path was now a fog of unknowns the system tried to erase the tragedy but some wounds are too deep to ever truly heal i've always felt it in my blood i am thief and a good one at that it was the only way i felt true to myself and those same feelings grew into opportunity i hold my skills and enhanced my methods with success came well power and friendship i was the best and everyone knew it but something was always missing until now there we are i'm off to bed wait i uh i found him what what are you talking about i found him two three sachen möchte ich euch aus dem trailer kurz pausiert zeigen was in so ziemlich jedem trailer auf jeden fall immer irgendwo versteckt ist auch wenn das für die meisten vielleicht etwas uninteressant sein könnte ihr seht es ganz rechts ein nesi ist hier zu sehen das ist so eine art easter egg aus dem titanfall universum und gibt es auch bei apex wer das nicht weiß in season 0 1 und 2 in 2 bin ich mir nicht ganz sicher aber in season 0 und season 1 konnte man einen monster von noch lochnäs beschwören ob das jetzt aktuell immer noch geht kann ich leider nicht sagen aber ich glaube es eher nicht jetzt möchte ich euch gleich mal noch das vermutlich erbstück von loba zeigen dieses gerät in der hand hält und 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 Those who complete the journey will be richly rewarded. Zu deutsch grob jagt nach Schätzen und Antworten in der neuen Season Quest. Die, die das alles komplett oder die komplette Reise komplett durchhauen, sage ich jetzt einfach mal auf deutsch, werden reich belohnt. Was heißt reich belohnt? Wir werden es sehen. Vor allen Dingen ist ja interessant, die, die die Antworten finden, was auch immer das für Antworten sein sollen. Wir warten ja immer noch, beziehungsweise ich zumindest, warte immer noch auf bestimmte Antworten, was die Reise rund um Krypto so ein bisschen betrifft. Ihr erinnert euch vielleicht, wo wir in Season 3 dann auf dem World's Edge gelandet sind. Das haben wir alles nur Krypto zu verdanken. Und warum haben wir das zu verdanken? Weil er die Apex-Spiele gecrasht hat, vom Kings Canyon ablenken wollte, damit da die Apex-Spiele nicht mehr stattfinden und es hieß, er sucht irgendwelche Beweise. Ich warte noch immer auf die Beweise. Vielleicht kriegen wir in Season 5 endlich mal Quest-Antworten oder nach Antworten, die man suchen muss. Das wäre auf jeden Fall endlich mal eine Sache, um ein bisschen mehr Storyline in dieses gesamte Spielkonstrukt zu bringen. Jetzt zeige ich euch die Ranked Rewards, die sehr cool aussehen. Ist jetzt nicht groß was Neues. Der Schweif vom Predator sieht auf jeden Fall etwas anders aus. Jetzt muss ich gucken, welches Video das ist und zwar genau das. Das ist der Master Schweif. Schweif, hallo? Sieht sehr geradlinig aus. Das ist der Predator Schweif. Das sind natürlich wieder die Abzeichen für die verschiedenen Ränge, die ihr erreicht habt. Und hier kommen die Waffen Thales Männer in Mehrzahl, die auch sehr, sehr cool aussehen. Natürlich sieht wie immer der Predator-Rang. Auch der Master sieht ultra, ultra geil aus. Da haben wir ihn schon. Und da ist das Predator-Abzeichen. In einer besseren Qualität kann ich euch das jetzt hier leider nicht liefern. Habe ich noch irgendwas vergessen? Natürlich, ich blende euch jetzt mal ein, wie das mit dem In-Game-Teaser rund um Loba funktioniert. Beziehungsweise zeige ich euch erstmal, wie das aussieht und danach zeige ich euch, wie das funktioniert. Das kann man nicht immer provozieren. Das ist eher zufälliger Natur. Ich zeige euch das jetzt erstmal. Danach gibt es nochmal einen Cut. Das ist ja mega geil. Folgende drei Möglichkeiten gibt es, zumindest die, die ich jetzt weiß. Eine davon hat bei mir nur funktioniert, um das zu provozieren. Denn ich war noch auf Arbeit, da war die Trailer-Premiere und dann kam dann auch Loba schon. Da habe ich auf Instagram sehr viele Informationen, Bilder, Videos zugeschickt bekommen von fleißigen Abonnenten, die mich mit Informationen füttern wollten. Was ich sehr, sehr cool finde. Danke dafür, falls einige von euch zuschauen und da dabei waren. Ich habe fünf Anläufe gebraucht, ohne Mist. Ich habe es mit Neustarten versucht. Hat bei mir nicht funktioniert. Ein Abonnent hat mir ein Video geschickt. Er hat seine Playstation gestartet oder PC, Xbox. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform es war. Er hat es gestartet, ist einfach ins Hauptmenü und da ist sie schon erschienen. Das hat bei mir nach fünf Mal Neustarten nicht funktioniert. Bei einem anderen auf YouTube habe ich entdeckt, er hat gerade eine Runde beendet, hat dann quasi seine Erfahrungspunkte und seine ganzen tollen, also das Ergebnis seiner Schlussrunde oder der gesamten Runde hat er gesehen. Dann hat er das Ergebnis weggeschaltet, auf einmal ist Loba erschienen. Bei mir war es so und das hat dann auch sofort funktioniert. Ich bin durch die oberen Reiter gesappt, habe da ja gesehen, habe eine andere Legende einfach ausgewählt, damit ich die im Hauptmenü sehe. Auf was bin ich denn da gewechselt? Ich glaube auf Lifeline genau bin ich gewechselt und schon ist sie erschienen. Das sind die drei Möglichkeiten, die ich kenne, um es möglicherweise zu provozieren. Ob das bei jedem klappt, weiß ich natürlich nicht. Ich denke über kurz oder lang, wenn man ein paar Stunden spielt, wird sie, wenn eine Runde vorbei ist, so oder so erscheinen. Aber ich habe bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, um rauszukriegen, wie ich es grob provozieren kann. Und jetzt möchte ich euch noch die nächsten zwei Phasen sagen, wenn sie sich nicht wieder verschieben. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich denke, dass wir zumindest davon ausgehen können, dass sich Season 5 nicht nochmal verschiebt. Im Trailer wurde ja auch gezeigt, der 12. Mai. Fünfte Phase soll vom 1. bis zum 4. Mai gehen und die sechste Phase vom 5. bis zum 7. Ich kann euch jetzt schon Einzelheiten über eine der beiden Phasen nennen. Ich kann euch aber nicht sagen, ob es die fünfte oder die sechste ist. Man vermutet, dass an einem der Tresore, wahrscheinlich der nördlichste Tresor, dass da, wenn man diesen Tresor öffnen möchte, Loba erscheint und wohl diesen ganzen Loot irgendwie klaut und sich dann wieder weg teleportiert. Das ist etwas, was ich über Twitter erfahren habe. Ob das nachher natürlich so stimmt, kann ich euch natürlich nicht hundertprozentig versprechen. Ich könnte es mir aber vorstellen. Es ist von einem anderen Data Miner namens. Shrugtor, wenn ich den richtig ausspreche. Nicht von iLoot Games. Alle anderen Informationen, die ich in den nächsten Tagen noch für euch sammeln kann, findet ihr natürlich auf diesem Kanal rund um Season 5. Seid ihr bei mir sehr, sehr gut versorgt. Also abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Vor allen Dingen einen Daumen für dieses Video da lassen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und für alle, die sich für den nächsten Livestream interessieren, morgen Feiertag, den 1. Mai, werde ich zwischen 17 und 18 Uhr meinen Livestream starten. Ich freue mich aufs Einschalten. Ich freue mich auf euch. Lasst viele Kommentare da. Und vielleicht schaffen wir mit diesem Video mal die 500 Daumen nach oben Grenze. Die habe ich, glaube ich, mit einem Apex Video noch niemals geknackt. Vielleicht unterstützt ihr mich dabei. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt ein richtig geiles Wochenende. Viel Spaß beim Zocken. Das war es von mir. Haut rein. Ciao.